Es gibt Wachsechse! Juhu! Und zwar haben wir uns jetzt auch so von den drei Düften Kahiko Hula, weil der Duft so sympathisch klingt, war meiner Kunden VIP Gruppe, also ich kenne alle drei nicht, aber der klingt sympathisch, das heißt wir nehmen den sympathischen Duft und ja unser Wachs ist aus Paraffin Basis, hat Lebensmittelqualität, also ist einfach die sichere Alternative zur Duftkerze und ihr habt richtig richtig geilen Duft für zu Hause, also da kriegst du schon gleich gute Laune, wenn ich den riech, ich liebe, Frühling, Sommer ist einfach meins, ich nehme mal ein bis zwei Würfel, jetzt hier so den Wohnbereich nehme ich meistens immer zwei Würfel, nehme ich mir einfach weg, nehme einfach von meiner Duftlampe nach Wahl, das Schälchen kommt dann einfach hier rein und dann wird die Duftlampe einfach angeschalten und einlegen, das Schälchen und dann den Duft genießen, nach einer halben Stunde ist es wachsflüssig, setzt sich der ganze Duft frei und dann einfach ohne Schadstoffe nur richtig toller geiler Duft. Und bei den anderen Duftlampen, dasselbe Spiel, also ich zusammetsche mit dem Spatel, im harten Zustand das raus und fahre da immer unten rein und schaue, dass sie immer so in die Mitte unten reinkommen, dass das so aufploppt und die Luft reingeht, dann habe ich die ganze Schälchen einfach mal draußen und das kann man einfach wegschmeißen. So, jetzt hat Wachs gewechselt, habe das neue zwei Würfel rein in den Schälchen, das Wachs muss immer gewechselt werden, weil das einfach, das bleibt immer gleich wie das Wachs, nur der Duft verfliegt irgendwann und wenn du es nicht mehr wahrnimmst, nichts mehr riechst, kann man es einfach rausnehmen und dann kommt neuer Wachs rein. Das ist einfach das Besondere, es ist sicher, es gibt keine giftigen toxischen Stoffe, weil nichts verbrannt wird, das wird mit einer Glühbirne oder einer Heizplatte einfach schonend erwärmt, also hier die ist mit einer Glühbirne zum Beispiel und da kommt einfach das Schälchen oben drauf und dann schalte ich das an, zack. Und dann habe ich einen neuen Duft und ja, schon ist der Wachswechsel fertig. Darum liebe ich Sensi eben einfach so sehr, also da auch das neue Wachs rein, das alte raus und darum liebe ich Sensi so sehr, weil das einfach nichts passieren kann. Ich habe eine Katze, ich frühe nur ein Kleinkind, jetzt ist sie ja schon groß, aber wenn du einfach Haustiere, Kinder hast, dass einfach nichts passieren kann, hast du eine sichere Alternative, richtig tollen Duft für deine Familie, dein Zuhause, Besuch, wenn du kommst und dann duftet das einfach frisch oder jetzt schon nach Sommer, Frühling, gute Laune und ja, es ist einfach toll, es ist günstig in der Nachbeschaffung, nur einmal die Anschaffungskostung von der Duftlampe und da hast du lebenslange Garantie, du hast handgefertigte Produkte und einfach Wachs, wo sicher ist, so viele, wo einfach keine Kopfschmerzen mehr haben, wo sonst Allergien hatten, es so super vertragen, also am besten wirklich austesten, selber deine eigene Erfahrung machen und ja, ich liebe es und bin so froh, dass wenn sie jetzt in meinem Leben ist, in meinem Zuhause und ich so viele glücklich machen kann.